Oh, ein legendärer Schatz. Oh, Elemitar-Kraft. Okay. Kann die mit dem Labern? Hallo Skylander, wir haben die Segel gesetzt und wollen helfen, aber die Trolle haben die Boote angezündet. Wenn du die Feuer löschen kannst, segeln wir los und helfen dem alten Baumgeist. Na, da bin ich doch gerne dabei. Alles bereit hier, Skylander. Aber der Hydrant muss noch aufgedreht werden, damit das Wasser fließen kann. Er ist drüben, in der Gruselhöhle. Ausgleichend da ist der. Ich bin ja auch. Oh, ich bin ja auch. doese, ich bin ja auch. Ich bin ja auch. Ich bin ganz unmöglich. Das war's für heute. So, dann mal weiter. Oh, ich mag es dir, was du ja. Oh, ich mag es dir. Ja, das stimmt. Ein unumstrittener Erfolg. Oh, ich mag es dir, was du ja sagst. Jetzt reicht es aber. Weg von mir, Push! Hehehe, finde ich gut. Besser geht's nicht, Skyländer. Danke, dass du mein Schiff gerettet hast. Jo, kein Problem, Bruder. So, jetzt muss man hier sich ein bisschen beeilen. Ich will ja nämlich nicht gleich abfackeln. Ich muss erst mal noch kurz was abwarten. Gut, dann habe ich alles richtig gemacht. Okay. 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 Interessant. Wow! Wow! Stufenaufstieg, zurück in den Kampf. So, hier brauche ich einen Technologietypi, no problem, habe ich schnell geregelt, oh Gott, ich hasse es immer, wenn ich da in Skyline absetzen muss, ich muss mehr Platz haben, man schreibt, sie sind viel zu klein, Geheimsache, suche mich auch. In dieser Zone sind Skyländer des Technologie Elements stärker. Das ist schön, vor dem Keks. Und was, wenn nicht? Hä? Das war ja lustig. So, wie soll ich da jetzt rüberkommen? Ah, da. Ah. Wo habe ich denn hier gelandet? Das ist der falsche Ort. Perfekt. So. Also, du bist mich zu verarschen. Stufenaufstieg. Mehr Kraft. Mehr Power. Wir sind die Power Rangers. Nee, Spaß. Das war ja lustig. Hervorragend! Na super. Gut zu wissen, dass es noch keiner überlebt hat. Einen Hut. Was ist denn das für ein Hut? Na ja. So, den neuen Skalender nehme ich noch nicht. Ich bin nicht zimperlich. Wäre schön, wenn es hier ein Geisterding wäre. Äh, leichter. Auf in die Ferne! Zündung! Wieso macht das nicht bumm? Ach stimmt, ich kenne ja auch, wie wir zurückholen, indem ich jemanden beiße. So, ich will gerade noch was nächstes nach, da ich will nicht präzise mit dem Ding hier weiter vorankommen. Präzise, dass ich wirklich 100% habe. Dann brauche ich dieses Level später nicht nochmal 100% machen. Sonst ist es nicht nur die Anfangslevel, die ich machen muss. Das wäre ja nicht so schlecht, wenn es nur die Anfangslevel sind, ne? Das wäre ja nicht so schlecht. Das wäre ja unfair. Ja. Aha. Du hast versagt. Wie schön dich wiederzusehen, mein Freund. Ja, ja, ich bin der Chef der Freiwilligen Feuerwehr. Ich kam so schnell ich kann. Ich will hier helfen. So ein Job hier erfordert unser bestes Löschfahrzeug. Spring rein, Skyländer. Die Gilman Schiffe brennen und brauchen unsere Hilfe. Das mache ich gleich erst. Ah, Fische nur. Okay. Ähm. Nett. Kann man hier runter? Nein. Eine von fünf Schatzkisten. Ach du Scheiße, wir sind in denen versteckt heute. Wir sind in denen nicht so gut. Eine von fünf Schatten. Vielen Dank.